Jetzt haben wir hier ein Bild vom alten Plan, wie der Plan früher ausgesehen hat. Auf Hochdeutsch natürlich Plan, wie er früher ausgesehen hat. Das ist die Südseite, da ist ja nichts mehr von da. Das ist alles im Krieg zerstört worden. Wir stehen hier ein Gäste, hier war früher die Hirsch-Apothek. Dahinten ist bei vielen Altstädten bekannt das Planstübchen, hier die Emmi-Loch mit Mieterware. Die gab es vor ein paar Jahren noch, aber nicht hin, auf der Leerstraße. Man sieht sogar noch die Straßenbahn. Bis 1967 ist ja die Straßenbahn gefahren, bei uns die elektrisch. Und wenn man vorher umsteigen muss mit der Straßenbahn, sagen wir mal, über die Jordan, über die Mussel, über die Neuendorf-Lutzel, da muss man hin umsteigen. Und früher war hinten im alten Graben, früher in Wirtschaft, der Daumenspitter. Und früher hat man immer gesagt, die Bahn ist fort, die Bahn kommt weiter, wir gehen zu lang bei der Daumenspitter. Und da ist ein Mann die Straßenbahn drin verpasst worden. Und der Letzter hat dann hier oben zum 10 vor 11 auf die Klingel gedroht. Da wussten die Ausdrücke bezahlen und da konnten sie von der Wirtschaft in die Straßenbahn entstehen. Das ist seit 1967 vorbei und das ist seit 1944 vorbei. Das ist dann im Krieg wieder alles neu aufgebaut worden. Und das ist dann im Krieg wieder das auf die�zполne. Aber damit kommen die Straßenbahn Runge-Lutzel. Vielen Dank.